Sie hören Epiphanie, geschrieben von Nicole Siemer, gelesen von Christopher Mayer, produziert von der Hörbuchmanufaktur Berlin. Kapitel 1 Erste Begegnung Abgründe. Jeder Mensch besitzt sie. Sie lauern im Verborgenen, oft unerforscht, zuweilen verdrängt. Einige sind bodenlos, manche von solch einer Schmerze erfüllt, dass sie endlos erscheinen, und in manch einem Abgrund lauern weitere Schlünde, Schlünde, die besser verschlossen geblieben wären. Dr. Philipp Meiners Hausbesuche, wie Meiners sie nannte, gehörten zu den interessantesten Teilbereichen seiner Arbeit. In der Psychiatrie war er immer mit denselben weißen Wänden konfrontiert, denselben langen Fluren und sterilen Büros. Besuchte er einen Patienten im Gefängnis, schlug sein Herz jedes Mal ein bisschen schneller. Er war nervös, sogar etwas aufgekratzt. Eine willkommene Abwechslung zu der Wut und der allesverschlingenden Melancholie, die ihn sonst erfüllten. Das Gefängnis in Grubingen besaß ebenfalls lange Flure. Sie waren grau und strömten Gefahr aus. Stimmen und der Klang von Gegenständen, die gegen die Stäbe der Zellen geschlagen wurden, halten durch das Gebäude. Meiners versuchte, sich seine Nervosität nicht anmerken zu lassen, während er dem Wärter, einem breitschultrigen Mann mit kurz geschorenen Haaren, der sich mit dem unpassenden Namen Benjamin vorgestellt hatte, folgte. Hey, Süßer! Pfeifen! Verfickter Hurensohn! Schnarchen! Meiners blickte starr geradeaus, ignorierte die Bemerkungen und Geräusche der Gefangenen links und rechts von ihm. Er fühlte sich an das Schweigen der Lämmer erinnert, und es hätte ihn nicht überrascht, wenn ihn am Ende des Ganges ein Stuhl erwartet hätte, der auf eine Glasscheibe gerichtet war, hinter der Hannibal Lecter ihn bereits mit verschlagenem Grinsen erwartete. Es gab keinen Stuhl. Und keine Glasscheibe. Die Zelle unterschied sich nicht von den anderen. Grau und trostlos. Meiners musste zweimal hinsehen, um die Gestalt zu erkennen, die neben dem Bett kauerte. Im ersten Moment glaubte er, dort säße ein Kind. Tatsächlich handelte es sich um einen dürren Mann, der die Knie angezogen hatte und den Kopf darauf stützte. Sein Alter ließ sich aus der Entfernung nicht erraten. Der Akte zufolge war er 27 Jahre alt. Als Meiners die Zelle betrat, die dunklen Augenringe und das eingefallene Gesicht des Mannes betrachtete, drehte er sich zu Benjamin um und flüsterte, »Das ist er? Ganz sicher?« Benjamin grunzte etwas, das wie eine Mischung aus »Ja« und »Was für eine bescheuerte Frage« klang, verließ die Zelle und schloss hinter Meiners ab. Der Gefangene schien noch immer nicht bemerkt zu haben, dass er einen Besucher hatte. Oder aber es interessierte ihn nicht. Er blickte gerade aus, die Augen glasig ins Leere gerichtet. Würde sich seine Brust nicht rhythmisch heben und senken, hätte Meiners nicht unterscheiden können, ob ein lebender Mensch oder eine Leiche vor ihm saß. Fasziniert betrachtete Meiners ihn eine Weile ohne etwas zu sagen. Dann entdeckte er einen Stuhl in der Ecke. Aha, also doch einen Stuhl. Er schob ihn in die Mitte des Raumes, schlug seine Akte auf und setzte sich. Das Möbelstück knachzte. Erst jetzt bemerkte Meiners, wie still es plötzlich geworden war. »Unheimlich«, dachte er, und holte aus der Innentasche seines Jacketts Notizbuch und Kugelschreiber hervor. »Guten Tag, Herr Quinn. Mein Name ist Dr. Philipp Meiners. Ich bin hier forensischer Psychiater und freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sie dürfen mich Meiners nennen, wenn Sie mögen. Bei meinem Vornamen nennt mich kaum jemand. Ich sehe wohl nicht wie ein Philipp aus.« Er lächelte, wurde aber direkt wieder ernst, da keine Erwiderung folgte. »Darf ich Sie Eduard nennen? Oder lieber Herr Quinn?« Meiners wartete. »Eddie«, flüsterte der Mann so leise, dass er kaum zu verstehen war. »Eddie? Sie wollen Eddie genannt werden?« Endlich erwachte der Gefangene aus seiner Starre, blinzelte und blickte zu Meiners auf. Dann nickte er. »Gut, Eddie«, sagte Meiners. »Sie mögen Ihren Vornamen wohl nicht richtig?« Eddie zuckte mit den Achseln. »So wurde ich schon immer genannt.« »Wieso hocken Sie auf dem Boden? Ist das Bett zu unbequem?« »Da sitzt er immer.« Meiners wurde hellhörig. »Er?« Eddie antwortete nicht. Er betrachtete Meiners mit seinen schmalen, dunkelblauen Augen und neigte den Kopf leicht zur Seite. Er schien zu überlegen. Vielleicht, ob er dem Kerl im Anzug, der mit überschlagenen Beinen und einer Akte in der Hand vor ihm saß, trauen konnte. Oder versuchte er, ihn gar zu analysieren. In den Augen des Mannes lag ein Schimmer, der Meiners irritierte. War es Weisheit? Boshaftigkeit? Unmöglich, es zu deuten. Zumindest noch nicht. Etwas sagte ihm, dass Eddie mehr war, als er auf den ersten Blick zu sein schien. Seine schmächtige Gestalt, das ungewaschene Haar, die verwahrloste Erscheinung. Schauspielerte er nur? Verbarg sich hinter seinem unscheinbaren Auftreten ein perfider Mörder? Oder lauerte eine dunkle Seite in ihm, von der er nicht einmal etwas wusste? Wie konnte jemand wie Eddie Quinn solch grausame Taten begehen? Meiners hatte in seiner Laufbahn als forensischer Psychiater schon vieles gesehen. Dissoziale Verhaltensstörungen, dissoziative Identitätsstörungen, Fälle von Schizophrenie, suizidale Personen, eben alles, was die menschliche Psyche zu bieten hat. Auf den ersten Blick wirkte Eddie wie ein ganz normaler Patient mit Anzeichen einer Paranoia. Doch irgendetwas an ihm war anders. Meiners wusste nicht, was es war. Das entfachte eine Neugier, die er seit langer Zeit nicht mehr gespürt hatte. Eine Neugier, von der er geglaubt hatte, sie verloren zu haben. Ein Kribbeln breitete sich von seinen Fingerspitzen aus. Er konnte es kaum erwarten, mehr über diesen ungewöhnlichen Mann zu erfahren. Um seine Vorfreude zu verbergen, saugte Meiners kurz an seinen Lippen und wechselte das übergeschlagene Bein. Ich möchte ehrlich zu Ihnen sein, begann er und schlug die Akte zu. Ihnen werden ein paar unschöne Dinge vorgeworfen, Eddie. Sie stehen im Verdacht, mindestens drei Morde begangen zu haben. Ist Ihnen das bewusst? Eddie nickte. Meiners machte sich einen entsprechenden Vermerk in seinem Notizbuch. Ich bin hier, um Ihre Schuldfähigkeit zu prüfen und... Halten Sie mich für schuldig, Dr. Meiners? Meiners verzog keine Miene. Eine Frage, die er schon unzählige Male gehört hatte. Das weiß ich nicht, Eddie. Aber es ist meine Aufgabe, das herauszufinden. Und so lange bleibe ich neutral. Ich halte Sie weder für schuldig noch für unschuldig, bis ich zu einem Ergebnis gelangt bin. Aber Sie machen auf mich einen ehrlichen und intelligenten Eindruck. Ich denke, wir werden uns in Ruhe unterhalten können. Ich bitte Sie, wirklich aufrichtig zu sein. Denn nur so kann ich Ihnen helfen. Verstehen Sie? Ich bin kein Mörderdoktor. Mörderdoktor. Wissen Sie, wer Ihre Mutter ermordet hat? Eddie zögerte. Eddie, wenn Sie etwas wissen, müssen Sie es mir sagen. Kennen Sie den Mörder? Ist er auch für die anderen Morde verantwortlich? Weiteres Schweigen. Ist der Mörder gerade hier bei uns? Eddie schluckte hörbar, dann schüttelte er langsam den Kopf. Meiners zückte den Kugelschreiber, kritzelte, Anzeichen für Wahnvorstellungen vorhanden, paranoide Schizophrenie. Als er wieder aufblickte, betrachtete Eddie ihn prüfend. Glauben Sie an paranormale Phänomene, Doktor? Nun, ich glaube an das Gute und das Böse und dass beide Seiten uns allen innewohnen. Und ich glaube, dass das Böse manchmal an Macht gewinnt und Besitz von uns ergreift, sodass wir durch es gelenkt werden. Zwar bin ich davon überzeugt, das Gute überwiegt bei den meisten Menschen, doch ebenso, dass es einige gibt, die sich vom Bösen leiten lassen. Das war nicht meine Frage. Falls Sie an Geister oder Dämonen gedacht haben, muss ich Sie enttäuschen. Glauben Sie an den Himmel und die Hölle? Glauben Sie daran? Eddie schmunzelte, antwortete dann aber doch. Ich glaube an den Teufel, nicht an Gott. Wieso nicht? Gott hat uns schon vor langer Zeit verlassen. Vielleicht, weil er gesehen hat, was aus seiner Schöpfung geworden ist. Vielleicht aus Langeweile. Niemand ist da, der uns vor dem Teufel beschützt. Wir sind allein. Denken Sie, der Teufel hat von Ihnen Besitz ergriffen, Eddie? Eddie stieß ein schallendes Lachen aus, bei dem Meiners überrascht zusammenzuckte. Der Teufel ist ein schallendes Lachen aus, bei dem Meiners überrascht zusammenzuckte.